wir haben fast die 1 2 derzeit geschafft doch wir sind im zirkus hier okay wir starten relativ weit vorne mit dem ersten wagen ist schon mal sehr gut eigentlich kunkern und so typische erstfahrer starterin genau wie hand und da müssen wir gucken das weil die glatt nicht so lang fahren kann müssen schauen genau wie lang die reifen haltbar sind und weil wir das heißt kunk und engberg müssen relativ lange fahrt so 60 minuten reifen schon dann machen wir es hier hier schaut man auf den mediums gehen dann auf den wiegel ist schwierig weil die die halten auf jeden fall nicht diese stunde durch okay wir könnten vielleicht hand auf den softreifen starten lassen danach noch mal auf die softreifen fahren lassen hat die ihren sind eigentlich so oder auf den mediums hat die ihren stand eigentlich sind eigentlich am ende müssen wir schauen wie wir es genau machen wo es vielleicht hier sinnvoll wäre zu machen die harten reifen halten länger ist halt die frage wie lange deutlich lange halten die halten wenn das ist jetzt die frage wir benutzen wir starten auf hart und müssen dann gucken ob wir es vielleicht ändern müssen so motor drehen wir leicht auf reifen bleiben auf neutral vielleicht müssen so runter stellen medium ist keine schlechte idee müssen wir schauen wie wir das machen müssen 50 hat das gefällt mir sehr gut eigentlich haben nur client gelassen zumindest mit einem fahrzeug zweite wagen braucht ihr noch etwas und der große preis von großplanigen ist freigegeben wie eigentlich jedes mal sagt es nur halb der die text hat anders als die das landwürfe ja das ist das typische wir fallen mal wieder immer wieder zurück so lange nicht in den top der klasse b auto fallen ist mir das eigentlich auch egal das ist wirklich extrem früh aber das ist schon mal gut da können wir reifen sparen und fahrer sparen einer von der b-klasse ist raus geschrieben ja boxen kannst du sparen ist natürlich jetzt nicht so verkehrt aber das bringt ein gar nichts grad wechselst du die reifen man wechselt nur die reifen und wir fahren gerade mal drei minuten kommt schon wieder das safety raus so reifen hoch motor etwas hoch aber wir fahren auch eine runde hoppala sorry ich war schon eine runde zu früh kann man uns kann man was hier hexbach auf platz 3 und platz 6 richtig stark weit stärkste kraft werden so jetzt gehen wir wieder auf greifen auf neutral und auf hoch den motor diesmal passt es okay paar fahrzeuge sind sogar ganz hinten in der b-klasse reinge drin also das ist auf jeden fall anders sie sich da vorbeigekämpft haben haben wir schon einen kleinen forschung raus wie kommt der b-klasse war noch gut mit kann das denn kommt gut mit was eigentlich erwartet schon dass kann das jetzt eigentlich aufsteigt oder einer von beiden anderer sollte eigentlich sich nicht um den kampf hier mit um den aufstiegende b-klasse so kommt denn der b-klasse 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 so gut mit so ganz hinten und sagen ganz hinter uns bleiben bei dem ob die wäste was in der box hier schalten wir auf die hand weil die ist auch wieder so gesehen kurz davor zipplage zu überholen wie gesagt die stellt irgendwann den motor runter das sind halt alles jetzt immer sachen nachgebaut und stoppt dann kann auch im feld ist nicht wohl gerade sagen und sagt dann sind wir zwölfter ja mal klar das ging relativ zügig aber wie gesagt wir müssen mit dem reifen rauskommen ein boxenjob zu sparen weil die haben schon relativ viel reifen verbraucht der backspark kommt echt gut mit auf platz 3 so wir müssen den motor unterstellen sonst vom sprit her wird es vielleicht reichen aber nicht was die leistungsmuster angeht also der wird irgendwann kaputt gehen die nase müssen wir reparieren und flash die aufhängung und hier eigentlich wenn nur die nase der erste wagen hat gut 80 prozent das passt ja alles mit der zeit im fahrer wechsel machen ja die mobilis die schießen ja durchs feld ist ja krass ok die haben auch die besseren reifen das muss man jetzt definitiv sagen aber jetzt ihre reifen sind jetzt schon mehr verbraucht als unsere und wir sind richtig nah dran bei denen die werden auf jeden fall sehr weit zurückfallen die haben keinen fahrer wechsel gemacht nur reifen wechsel reifen würde ich gerne aufstehen aber müssen die fahrer zu k.o. da im ersten wagen borillio halt die nacken probleme hat hält die leider nicht so viel aus nein macht die innenbande lass ich doch nicht direkt von zwei autos überholen kaum dritt man den motor runter wird man überholt also die gewichtsinsunzierung ist schön aber wenn man auf 100 prozent lässt kann man eher ein bisschen länger auf gas bleiben aber die können sowieso nicht so lange auf gas bleiben weil die ja meistens wieso noch den motor zu hochstieg gestellt haben also zuverlässigkeit so gesehen so wir gehen in den schnellen modus beginnt gleich die ersten überrundungen trotz safety car trotzdem was knapp 20 minuten die ersten müssen auch bald in die box die beiden chimizus die beiden mobiliers und der eine lanchester die fallen sehr weit zurück dann sind noch nicht mal halbe stunde gefahren ist schon die fahren auf mediums das heißt ich weiß gar nicht wie oft die in die box müssen kunkon hat so ein zipli geholt oder keine ahnung ist klar die werden natürlich aufholen die sind halt noch viel zu schnell dann müssen wir auf jeden fall motor gas geben genau wie im getriebe ich glaube da werde ich mich englisch die saison eher drauf fokussieren motor und getriebe auszubauen damit wir da extrem gut aufholen aber es muss natürlich auch noch sein dass wir den motor legal nicht illegal haben sondern wie heißt es ja genau das ja dass wir den so gesehen haben nicht einheitlich sondern dass wir selber ausbauen können sonst bringt es halt nicht deswegen müssen wir uns halt erst mal ein bisschen mehr aufs getriebe achten falls das doch durch geht obwohl ich habe glaube ich nur noch stimmen wir sind vierter und die ersten müssten bald in die box unsere reifen halten das easy durch die fahrer auch zumindest mal kunkon also auch was auslaube angeht sind die halt noch von deutlich vom vorteil die stammfahrer vom ersten wagen podium mir gefällt auch dass der zweite wagen noch relativ gut dabei ist also hand macht einen richtig guten job muss ich definitiv mal gestehen muss natürlich ein bisschen auf dem spiel halt achten soll auch trocken bleiben erstmal wir haben zwei stopp okay eine war im safety car und trotzdem noch vor uns ich glaube wir sind gerade deutlich schneller als kuh wir holen da gut auf geht auch jetzt die box das ist der vorteil das Problem ist halt wir können glaube ich doch nicht so lang fahren ich glaube wir müssen angefangen bei kunkon die reifen zu schonen und bei der hand geht das aber ich glaube da schon wir auch mal die reifen weil von der ausdauer her vom fahrer das glaube ich nicht so gut gut machbar ist danach fährt wiegel dann gehen wir auf grondeli die dann lang fährt und dann nochmal wiegel der sich dann ausruhen kann dann müssen die reifen unterstellen weil wir sonst nicht die distanz schaffen das ist schon sehr sehr kritisch wir führen wieder ein rennen mal an der chimizu mit zwei stoppen ist auf platz 3 muss aber bald schon wieder in die box hat er drei stopp schon das drehen viel gucken wie lange wir ein rennen anführen dürfen also das gefällt mir sehr gut wir würden zweiter sein aber das sollte nicht von langer dauer sein wir sind immer noch die reifen schonen fahren jetzt deutlich langsamer als konkurrenz ja über eine sekunde langsamer als backspot aber ich erwarte da dass die halt wieder kurz vor ende wieder in die box kommen weil die haben da sind halt nicht so super gut was es angeht wir fahren überhaupt eine minute sieben nein wir werden die mutter nicht hoch wir müssen immerhin noch bis zur box die fahrt schon wieder in die box wir haben noch keinen einzigen stopp drei fahrer haben noch keinen stopp gehabt und die fahrt schon zum dritten ja und damit sind wir die führung los war eigentlich nur die frage der zeit aber der muss back in die box das heißt wir werden die führung dann wieder kurzzeitig übernehmen bis wir dann selber mal in die box müssen wie gesagt konkurren die schafft das mit der distanz bei hand ist halt die frage wäre super die halt sich hält sich eigentlich mit 17 sekunden hinterm führung dann sehr gut dann müssen wir halt auch ein stopp zusätzlichen stopp machen wie gelbe wird auch wieder wieso auf medium nur fahren wird eine halbe stunde fahren und dann geht es da den wechsel und damit sind wir wieder in führung jawohl sehr schön neun runden müssen noch mit diesen reifen aushalten und damit haben die gar nicht so extrem gas geben lassen aber okay die frage wie lange der becksbach wird er wird an uns vorbeiziehen nach dem bockenshop weil er noch schneller fahren wird andere becksbach ist langsamer als wir oder gas geht ich will becksbach keine fahrt nein wir werden blockiert von kann das der kommt schon kugeln lasst doch den becksbach nicht zu viel kilometer in der führung nein verdammt wir haben die führung gegen becksbach verloren das ist nicht so gut gelaufen wie gesagt die reifen werden es nicht mehr so lang machen die müssen die muss eigentlich direkt nach einer stunde muss in die box kommen man muss eng weg halt nicht länger fahren deutlich länger wir sind das 16 wird sagen weil die sind aus wie ein chemietzug aber da kommt mal wer dahinter kommt ein paplona mit einer einen bockenshop schon die reifen werden jetzt immer schlecht ich frage mich immer noch wie lange der fahren möchte der becksbach vor uns ja wir sind extra die reifen schon mal jetzt kommt da rein aus und roben gegen den becksbach jawohl ja die müssen aber leider aufpassen und spritte reicht das auch hier beim zweiten wagen das ist ein bisschen schwierig also ende der nächsten runde muss kunkon reinkommen das geht leider nicht anders da in hand vielleicht eine runde später bei dem reifen her hat es super geklappt wir können auch mithalten immer noch mal schauen vielleicht lassen wir doch noch ein bisschen länger fahren man so lange einigermaßen mithalten kann ok jetzt kommt danach rein wir waren genau eine stunde im fahren jetzt so engberg hartreifen vollen tank wir brauchen nichts zu reparieren perfekt wir haben kann noch ein dick länger fahren weiß du bist erledigt aber sobald der kunkon stopp vorbei ist kommst du in die box wiegel und mediums das dann so gesehen mal ein bisschen gas geben wohl wir schauen uns mal den box job an ich glaube der funktioniert wir sollten eigentlich auch nicht allzu weit zurückfallen so du kommst dann auch in die box wiegel mediums ja volltank müssen so oder so ne dauert das so ein oh gott das tanken dort mega lang ich wünsche ich auch wissen müssen so wir machen mal 35 liter nase auch mit na wohl die können wir nächstes mal reparieren der engberg kommt auf platz 7 raus hat jetzt frische reifen und aber schont die oh nein jetzt werden wir vom b-auto aufgehalten wir verlieren dann das platz 8 zurück so hier gehen wir auf platz auf die etwas leichtere variante und wiegel kann halt so gesehen auch ein bisschen mit medien etwas schneller fahren mal schauen vielleicht kann er am ende sogar noch auf dem softreifen wechseln ganz zum ende so wir gehen jetzt erstmal durch die boxen shops in die schnellmodus das passt eigentlich zum zeitmäßig ist es immer schwierig der engberg muss halt extrem lang fahren wir sind relativ eng ne 5 6 7 8 9 alle innerhalb von noch nicht mal 10 sekunden ich weiß dass die reifen geschont werden müssen aber nein müssen sie gas geben möchte ja gerne aber ne wir schonen zumindest eine zeitlang so zehn minuten takt wechseln wir immer wir verlieren grad zeit wir müssen eigentlich hochdrehen ich möchte keinen zusätzlichen stopp machen das ist das problem ist halt wirklich dieses kleine problemchen was wir haben 11 da sind wir sind außerhalb der punkte komplett gott das ganze strategie modus ding hier ist sehr merkwürdig platz 3 für uns das war aber auch schon abzusehen platz 2 in der box mal müssen wir lange bessere zeiten fahren die reifen brauchen was zu kalte reifen auch nicht das ist mir auch bewusst aber wir müssen halt schauen so wiegelt hat sogar so extrem aufgeholt auf seinem teamkollegen holla die wald fehlt das sehe ich auch nicht so häufig wir müssen halt auch die reifen aufpassen wiegelt darf halt gas geben weil er wieso noch eine halbe stunde rausgenommen wird so wir wechseln erzeugt wiegelt muss schon vorbeikämpfen gerade im langstreckensport was macht denn der hong davon lang was macht bexbach die sind mega stark wir kommen auch nicht vorbei wiegelt vorbei ich hätte es so ein bisschen mitbekommen go wiegelt wir bleiben auf wiegelt der macht gerade einen richtig guten job der muss eine halbe Stunde durchhalten gibt die reifen wieder etwas zurück zurück das Problem ist wir hatten ja wirklich nur noch da vorn gekommen weil wir äh Dings haben du musst wieder reifen schon äh wenn einer in der Box war die fahren so häufig in die Boxengasse die müssen am Ende auch in die Boxengasse reinfahren hätten wir zumindest genauso viele Punkte also der hong der macht mir Sorgen und zwar müssen die noch zweimal in die Box weil die haben halt 30 Sekunden Vorsprung die haben den ganzen Boxengashob Vorsprung das darf man jetzt nicht vergessen ok am Ende werden wir bei wiegelt nicht auf die Softreifen gehen sondern auf die Videos hat jetzt knapp eine halbe Stunde Der Morpellier hat schon wieder so viel Reifen man braucht der wird Ende der oh Gott ich weiß nicht wieviel Stopps die heute machen das ist echt krass unser Problem ist Engweck ist halt ein dick langsam als der Vordermann aber wir müssen es halt machen um wirklich einen Stopp weniger zu haben wenn die nämlich kurz vor einer also um eine Stunde irgendwas in die Box kommen so ich hoffe mal Grandeli hat eine gute Form 500 Siebter aber wäre sehr gut natürlich würde jetzt ein Safetyker helfen oder zumindest ein virtuelles Safetyker wie Wiegel damit wir da noch weniger Zeit verlieren so Ende der Runde kommst du rein Grandeli harte Reifen äh volltanken ah wir können volltanken ohne dass wir Zeit verlieren das ist sehr gut wir reparieren die Nase und die Aufhängung wird das nächste Mal repariert Engberg muss auch äh haben die Zeit komplett vergeigt ich glaub nicht ne so der Wiegelbocken Stopp er kann sich jetzt ausruhen und am Ende kommt er noch mal rein für die nächste halbe Stunde högeres wenn du am Patrick und das ist mir das ist mir Vielen Dank.